Mit dieser Morgenroutine dominierst du deinen Alltag und führst ein erfolgreiches Leben. Was geht ab? Wir sind bei einer weiteren MRT-Folge angekommen und in dem heutigen Video geht es um die Morgenroutine. Morgenroutinen sind so unfassbar wichtig, wenn du einen gesunden Lebensstil pflegen willst und wenn du auch erfolgreich sein willst. Vielleicht gehörst du auch zu diesen Leuten, die zu unregelmäßigen Zeiten schlafen gehen und morgens gerade so aus dem Bett in die Schuhe stolpern und direkt los in den Alltag ziehen. Den größten Scheiß, den du machen kannst. Glaub es mir. Habe ich auch gemacht. Und das führt zu einem sehr, sehr ungesunden, unausgeglichenen Lebensstil. Weißt du, besonders junge Menschen haben das Problem, dass sie immer Angst haben, irgendwas zu verpassen. Bis spät in die Nacht wach bleiben und möglichst wenig Schlaf, weil man könnte ja was verpassen. Man muss immer ackern, 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 Kapelle, Kapelle, Kapelle und irgendwann mal kommen sie an einen Punkt, wo sie merken, boah, ich bin so ausgelaugt. So antriebslos, ständig müde und unkreativ. Ja natürlich, weil dir der Schlaf fehlt. Schlaf ist so unfassbar wichtig. Ärzte sagen das ja auch immer wieder. Psychologen sagen das immer wieder. Schlaf ist so wichtig für einen gesunden Lebensstil und auch für deinen Kopf. Ich habe heute noch eine Studie gelesen von deutschen Krankenkassen, wo drin stand, dass 80% nochmal, 80%, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, 80% der deutschen Arbeiter leiden an Schlafmangel. Was natürlich auch zu Depressionen führt. Und das ist so unfassbar wichtig, dass du dir bestimmte Routinen am Morgen aneignest. Dein Gehirn mag Unregelmäßigkeiten überhaupt nicht. Das ist so unfassbar wichtig, dass du ein Programm in deinen Kopf hast und bestimmte Abläufe durchführst. Und hier ein paar Tipps von mir für dich, für eine perfekte Morgenroutine. Ich habe mir von erfolgreichen Menschen ihre Morgenroutinen angeguckt, habe mir das ein oder andere abgeguckt, es selber an mir ausprobiert, geguckt, ob es zu mir passt oder nicht. Und habe mir noch eigene Routinen aufgebaut. Und vielleicht kannst du ja was mit dieser Routine anfangen. Das Allerwichtigste, was du vor deinem Schlaf tun solltest, ist, lass 8 Stunden, bevor du schlafen gehst, Kaffee und Energy weg. Koffein bleibt bis zu 8 Stunden in deinem Blut. Kannst du nachlesen. 8 Stunden. Und wenn du denkst, ja, ich schlafe immer richtig gut, auch wenn ich Energy trinke, nein, du schläfst nicht gut. Du denkst, dass du pennst, aber dein Körper ist auf Stand-by-Modus. Weil er ja noch diesen Koffeinschub in sich hat, den er verarbeiten muss. Deswegen schläfst du auch nicht wirklich tief und fest. Und wenn du nicht tief und fest schläfst, ja, führt das auch irgendwann mal zu Depressionen und Krankheiten. Wird dir jeder Arzt bestätigen können. Dafür muss man noch nicht mal Arzt sein. 8 Stunden vorm Schlafen gehen, Kaffee und Energy weg. Allgemein Koffein weglassen. Ich habe einen Podcast gehört von einer Ernährungsberaterin. Ich habe ihren Namen vergessen, ist ja auch jetzt in diesem Moment nicht so wichtig. Die sagt, frühstücke morgens wie ein Kaiser, ist mittags wie ein König und ist abends wie ein Bettler. Weißt du warum? Die meiste Energie verbraucht dein Körper beim Verdauen. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn du eine Stunde vorm Schlafen gehst, dir den Magen noch einmal richtig voll haust. Du schläfst zwar, aber du schläfst nicht tief und fest, weil dein Körper Energie für das Verdauen kocht. Deswegen schaltest du auch nicht ab und das ist völlig ungesund. Also, zwei bis drei Stunden vorher etwas leichtes essen, nichts Großes, Schweres essen. Damit dein Körper vorm Schlafen noch Zeit hat, die leichte Mahlzeit zu verdauen und damit du auch voll auf Ruhemodus bist, wenn du schläfst. Und jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir gar nicht berücksichtigen. Wenn man eine bestimmte Fähigkeit hätte, Strahlungen mit dem bloßen Auge sehen zu können, würden wir uns alle erschrecken. Deswegen ist es wichtig, wenn du schlafen gehst, schalte deinen WLAN-Router aus. Schalte dein Handy auf Flugmodus. Die Strahlungen kannst du nicht sehen, aber sie sind da. Ganz einfach, das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind so vielen Strahlungen ausgesetzt, LED-Lampen und all so ein Kram, das ist alles völlig ungesund. Und dunkle deinen Raum komplett ab, damit dein Körper gesund und natürlichen Schlaf hat. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der dich wahrscheinlich erschrecken wird und du wirst dir denken, ist der bescheuert? Nein, bin ich nicht. Das wird dir jeder Arzt sein. Das kannst du auch gerne googeln, in Medizinbüchern nachlesen. Wer vor 6 Uhr aufsteht, tut seinem Körper unfassbar Gutes und verringert das Risiko, um 25% Depressionen zu bekommen. Denn frühes Aufstehen, also vor 6 Uhr, gleicht den Tag-Wach-Rhythmus. Das haben Menschen noch vor der Erfindung der Glühbirne immer so getan. Deswegen waren Menschen damals auch viel, viel gesünder. Dann kamen LED-Lampen und all so ein Kram. Früher sind die Menschen mit Sonnenuntergang schlafen gegangen und Sonnenaufgang aufgestanden. Ja, ich weiß, es gibt Spätschicht, es gibt Nachtschicht. Braucht ihr mir nicht erzählen, das weiß ich alles. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, sich an diese Dinge zu halten, ist es unfassbar gesund für dich. Und diese 6 Uhr-Geschichte gilt nicht nur von Montag bis Freitag, sondern von Montag bis Samstag. Wenn du erfolgreich sein willst, wenn du etwas machen willst, wenn du etwas schaffen willst, wenn du etwas erreichen willst, dann arbeitest du nicht nur von Montag bis Freitag, sondern von Montag bis Samstag. Mach das zu deinem eigenen Gesetz, von Montag bis Samstag arbeiten. Aber achte auf die Punkte, die ich dir vorhin erwähnt habe. Denn nur dann hast du einen ausgeglichenen, gesunden Lebensstil. So, dann stehe eine Stunde früher auf, als du es sonst getan hast. Eine Stunde. Vielleicht ist dir das zu viel, dann fangen wir jetzt mit einer halben Stunde an, aber steige das auf eine Stunde. Weil dieses morgens sofort hektisch los, 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 das ist so unfassbar eklig und stresst deinen Körper, dass du den ganzen Tag auf diesen Modus programmiert bist. Deswegen stehe entspannt da auf, stell dein Wecker eine Stunde eher. Wusstest du, dass Hundebesitzer viel fitter und gesünder und besser drauf sind morgens, als die, die keine Hundebesitzer sind? Weißt du warum? Die Hundebesitzer müssen natürlich noch früher aufstehen, als sie es sonst eigentlich tun würden, weil der Hund raus muss. Und weil der Hund so dringend raus muss, haben sie keine Zeit, sich von irgendeinem Scheiß ablenken zu lassen und gehen direkt raus und nehmen wahr, wie der Tag erwacht. Ja, unter anderem vielleicht ein Sonnenaufgang, die Vögel fangen an zu zwitschern. Sie gehen eine Runde spazieren, atmen frische Luft, kommen nach Hause, sind schon etwas wacher und dann fangen sie an, gewisse Morgenroutinen zu befolgen. Jetzt nochmal zurück zum Thema Wecker. Damit du aber auch wirklich aufstehst, musst du dich selbst austricksen. Das mache ich bei mir auch. Ich lege mein Handy, meinen Wecker. Mittlerweile benutze ich auch Alexa als Wecker, die in der Küche steht. Aber nehmen wir jetzt mal das klassische Beispiel Handywecker. Leg dein Handy auf die andere Seite des Raumes, sodass wenn der Wecker klingelt, dass du aufstehen musst, um ihn auszuschalten. In dem Moment, wo du aufstehen musst und zum Wecker gehst, weißt du, ach ja, da war ja was, was ich ändern wollte. Und was du auf keinen Fall machen darfst, das musst du vermeiden. Das ist das schlimmste Gift, was du dir selbst zufügst. Diese scheiß Schlummertaste. Aber guck mal, wenn du morgens aufwachst, schüttet dein Körper Hormone aus. Cortisol, Epinephrin und ich glaube Adrenalin, was dafür sorgt, dass dein Herz schneller schlägt, dein Kreislauf angekubelt wird und du in Bewegung kommst. Und weißt du, was mit dir passiert, wenn du immer auf diese Schlummertaste drückst? Du fährst deinen Rechner hoch, Hormone fahren hoch und dann stürzt er, das ist wie ein Computer zum Beispiel. Du lässt den Rechner hochfahren und dann lässt du ihn abstürzen. Hochfahren, abstürzen, hochfahren, abstürzen. Was meinst du, wie viel Energie dein Körper dabei verbraucht? Er fährt diese ganzen Epinephrine, Adrenalin, Cortisol, fährt er alles hoch und dann muss er wieder abstürzen. Dann kommt er gerade wieder in diese Schlafphase, in diese Ruhephase, was eigentlich nicht wirklich ist, aber er versucht in diese Ruhephase zu kommen und dann klickelt dieser scheiß Wecker schon und dann muss er schon wieder hochfahren. Ja und dann bist du den ganzen Tag schlecht drauf und das führt auch zu Krankheiten. Deswegen lass diese scheiß Schlummertaste weg. Deswegen auch, nimm dein Handy, leg es auf die andere Seite des Raumes, so dass du beim ersten Klingeln deines Weckers wach bleibst. Und wenn du dann wach bist, leg dein Handy weg. Sei für nichts und niemanden erreichbar. Guck keine Nachrichten, denk bloß nicht an deine To-Do-Liste und beantworte keine E-Mails, keine Nachrichten, gar nichts. Lass das Handy liegen und werd erstmal natürlich wach. Ohne irgendwelche falschen Dopaminschübe durch irgendwelche Reels, die dir zugeschickt wurden auf Instagram oder sonst was. Meide diesen Schrott. Ich rede aus Erfahrung. Ich gebe dir diese Tipps nicht einfach so, weil ich das irgendwo gelesen habe und das könnte ja vielleicht funktionieren, weil ich es an mir selber ausprobiert habe und diese Dinge befolge. Also versuche dich nur auf Positives zu konzentrieren. Auch die Morgenmuffel, wenn ihr seht, boah alter, was ist denn los, was labert ihr, das ist doch unmöglich. Doch, es ist möglich. Wenn du willst, dann ist das möglich. Und gib dir nicht die Chance, über deine To-Dos nachzudenken, weil das macht dir sofort wieder schlechte Laune. Verschiebe das auf einen anderen Zeitpunkt in deiner Morgenroutine. Und bevor du deinem Körper wieder irgendwelche Koffeinschübe gibst, ja, irgendwelche Energies, Kaffees oder sonst was, ja, ich glaube, ich mache mich gerade ziemlich unbeliebt. Aber bevor du das alles tust, ja, trink ein Glas, am besten einen halben Liter, aber ich glaube, für den einen oder anderen wird das erstmal zu viel sein. Trink ein Glas lauwarmes Wasser. Am besten noch mit einem Schuss Zitrone dazu. Das wirkt wie ein Kaffee und ein Energy zusammen. Und es ist noch natürlich viel, viel besser. Weil wenn du sofort die Kaffeein so reinschiebst, dein Körper ist ja schon so gerade dabei zu entgiften. Und dann schiebst du ihm schon die nächste Scheiße rein auf leeren Magen und dann muss er wieder auf Hochtun arbeiten. Wir tun so viele Dinge unbewusst und denken uns, ja, das tut mir ja nichts. Ja, weil du jung bist, dein Körper hat noch die Kraft dagegen anzuarbeiten. Aber mit der Zeit merkst du, wie es dir immer beschissener und schlechter geht. Und du vielleicht sogar krank wirst, was ich dir nicht wünsche. Weil dieses lauwarme Wasser, was du dann trinkst, ist wirklich wie so ein Energy-Shot für dich, aber ein gesunder und kurbelt dein Organismus an. Ja, und mit diesem sauberem Wasser gibst du ihm das Werkzeug, um deinen Körper vernünftig zu entgiften. Am besten trinkst du ein bis zwei Stunden keinen Kaffee, keinen Energy, vielleicht noch einen Tee oder so, aber keine koffeinhaltigen Getränke. Meide diesen Scheiß. Ein bis zwei Stunden wenigstens. Jetzt ein Tipp von mir. Ich habe das mal in einer Folge erwähnt. Schreib deine kleinsten Erfolge auf. Ich führe zum Beispiel ein Erfolgsjournal. Das habe ich von Bodo Schäfer gelernt. Unfassbar geil. Es sind so kleine Dinge, die so Großes bewirken. Führe ein Erfolgsjournal, wo du fünf deine größten Erfolge aus deinem vorherigen Alltag notierst. Und die können noch so klein sein. Keine Ahnung. Ich habe es geschafft, gestern früh aufzustehen. Ich habe es geschafft, keine Ahnung, mir die Haare zu machen, um frischer und attraktiver zu wirken, wenn ich zur Arbeit gehe. Diese kleinsten Dinge. Und weißt du, was das alles bewirkt, warum ich dir diesen Tipp gebe? Du lernst, dich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Nur auf deine Erfolge zu konzentrieren. Natürlich wirst du auch Misserfolge an dem Tag davor erlebt haben. Aber die notierst du dir nicht. Du notierst dir nur fünf Erfolge. So trainierst du dein Gehirn, dich auf das Positive zu konzentrieren und auf Erfolgsmodus zu sein. Das bewirkt so unfassbar krasse Sachen. Mann ey, ich könnte dir stundenlang damit voll labern. Und besonders ich. Ich habe diese Dinge vor Jahren nicht befolgt. Ich bin bis nachts im Studio gewesen. Habe zwei bis drei Stunden nur geschlafen, weil ich Angst hatte, irgendwas zu verpassen. Bin morgens nach dem Wecker klingeln sofort in meine Schuhe und los zur Arbeit oder sonst wohin. Und das ist so ein ungesunder Lebensstil. Aber das habe ich schon erwähnt. Und deswegen, ich rede aus Erfahrung. Deswegen sehr, sehr wirkungsvoll. Kauf dir einen kleinen Notizblock. Schreib darauf, mal ein Erfolgsjournal und guck, was passiert. Und nicht nur fünf Tage so. Ja, das hat schon was in mir gemacht, aber ist mir zu anstrengend. Du brauchst 21 Tage mindestens, um dir etwas anzugewöhnen. Der Mensch braucht 21 Tage, um sich an eine bestimmte Tätigkeit zu gewöhnen. Und wenn du das zu deinem Lebensstil machst, zu deinem Muss, diese Erfolgsjournal zu führen, dann wirst du sehen, was passiert. Und das habe ich auch vorhin schon erwähnt. Meide diese scheiß E-Mails abchecken am frühen Morgen. Diese ganzen Dopaminschübe, die du da kriegst. Diese ganzen Reels und so. Lass das beiseite. Lass das Handy noch liegen. Und lies zum Beispiel ein inspirierendes Buch. Tu Dinge, die dich weiterbringen. Nicht Dinge, die dich ausbremsen. Lies ein inspirierendes Buch. Hör einen inspirierenden Podcast. Hör motivierende Musik. Lies irgendwelche Zitate. Irgendwas, was dir gut tut, was dir gute, positive Vibes gibt. Weil wenn du so dein Morgen startest, alter Falter, ey, du rasierst den ganzen Alltag. Glaub es mir. Und wenn du noch Zeit hast, versuch ein bisschen Sport zu machen. Du bist dann sofort auf Erfolgskurs, auf Angriffsmodus. Weil wenn du sportliche Aktivitäten durchführst, schüttet dein Körper bestimmte Hormone aus. Diese Hormone sind Dopamin, Serotonin, Adrenalin und Endophrin. Dopamin, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Diese Hormone werden ausgeschüttet, während du Sport machst, damit du dich an die körperliche Belastung gewöhnst. Und Dopamin ist dieses Glückshormon. Das lässt sich dabei gut fühlen. Ja, anfangs ist es ein bisschen anstrengend, aber irgendwann mal bist du auf Autopilot. Du läufst und läufst und läufst. Also reden wir jetzt von Joggen. Du läufst und läufst und läufst und fühlst dich unfassbar gut. Und wenn du die Strecke dann zurückgelegt hast und dann zu Hause bist, denkst du, boah, geil, ja man, ich habe es geschafft. Und dieser Hormoncocktail hält für einige Stunden an. Dann kannst du, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Affirmationen, ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einem Video erzählt. Das sind Glaubenssätze, positive Glaubenssätze, die du dir jeden Morgen am besten noch vom Spiegel, die du dir selber immer sagst. Keine Ahnung, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Sieger, ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Keine Ahnung, das, was du dir selber persönlich wünschst oder diese Persönlichkeit, die du später unbedingt sein möchtest. Diese fünf Sachen sagst du dir jeden Morgen. Programmier dein Gehirn auf diesen Modus, den du haben möchtest. Bewirrt unfassbar viel. Du kannst dich ja, ich sagte es ja fast in jedem Wheel von mir, in jeder Folge, du kannst dein Gehirn neu umprogrammieren. Du kannst dein Gehirn neu programmieren. Indem du dir bestimmte Dinge immer wieder einredest. Ich sage diesen Satz immer wieder, glaub es mir, aber probiere es einfach aus. Und was ich jetzt auch seit neuestem mache, ist, ich bin Rechtshänder, bestimmte Dinge, die ich sonst immer mit der rechten Hand gemacht habe, mit der linken Hand zu machen. Weil merkwürdige Dinge, ja, merkwürdige Dinge, nimm das Wort mal auseinander, Dinge, die merkwürdig sind und die ungewohnt sind für dein Gehirn, wie zum Beispiel das Zähneputzen mit der rechten Hand. Also jetzt Beispiel, wenn du Rechtshänder bist, wenn du das mit der linken Hand machst, trainierst du deine linke Gehirnhälfte. Und das fördert deine Kreativität. Wenn du jetzt mal irgendwas abwaschen musst, probiere es mal mit der linken Hand. Ja, oder wenn du, keine Ahnung, jetzt gefährliche Dinge würde ich jetzt natürlich vermeiden, aber probiere das mal aus. Das fördert deine Kreativität. Weil du trainierst, wenn du Rechtshänder bist und dann plötzlich Dinge, die du sonst mit rechts machst, mit links, mit der linken Hand machst, trainierst du deine linke Gehirnhälfte. Und das fördert Kreativität. Eine kurze Sache zum Gehirn. Die linke Gehirnhälfte verarbeitet Details und die rechte Gehirnhälfte sieht das Große und Ganze. Ja, deswegen, wenn du dann bestimmte Dinge, die du sonst mit rechts gemacht hast, mit links machst, speichert das dein Gehirn. Das nimmt das wahr. Ja, das nimmt jedes Detail wahr. Aha, okay, das ist jetzt was anderes, okay. Bla, bla, bla. Da passiert jetzt gerade irgendwas und so förderst du dein Gehirn noch mehr und das führt zu Kreativität. Okay, eine Sache, die ich mir, die ich jetzt seit einem Jahr ungefähr mache, eiskalt duschen gehen. Ja, unabhängig, ob du jetzt am Morgen Sport gemacht hast oder nicht, trainiere dir das an. Ich mache das zum Beispiel, auch das Joggen mache ich auch deswegen, unter anderem. Aber das Kaltduschen mache ich, um meine Disziplin zu trainieren und mein Durchhaltevermögen zu steigern. Weil dieses Kalte, du musst es ja aushalten. Und jetzt denkst du dir, warum, wieso muss man sich so quälen? Musst du nicht, kannst du aber, wenn du deine Disziplin trainieren willst. Und es ist noch sehr, sehr gesund. Denn durch diese Kälte, ja, durch dieses kalte Wasser, wird dein sympathisches Nervensystem aktiviert. Und während das aktiviert wird, schüttet dein Körper bestimmte Hormone aus wie Endophrinien und Noadrenalin. Das sind, diese beiden Hormone sind Hormone, die dein Körper in Stresssituationen ausschüttet. Einige Forscher empfehlen sogar, kalt duschen zu gehen, weil es gesund für deinen Organismus ist und aktiviert deine Abwehrkräfte. Und nicht aktiv, diese ganze Chemie scheiße. So unterstützt du deinen Körper, auf natürliche Art und Weise Abwehrkräfte zu aktivieren. Und übrigens wird das sogar von Therapeuten, Menschen empfohlen, die an Depressionen leiden. Deswegen kalt duschen, unfassbar wichtig. Kannst du dich noch intensiver damit beschäftigen, damit auseinandersetzen und noch mehr Informationen einholen. Das ist so unfassbar wichtig und gesund. Gut, das ist, ja, diese ganzen Hormone, die da ausgeschüttet werden, während du eiskalt duschen gehst. Ohne Spaß, wenn ich mich manchmal am trocknen, erschrecke ich mich, weil meine Schädeldecke so kalt ist. Vielleicht übertreibst du auch ein bisschen. Aber es tut mir gut. Ja, und es fühlt sich an, als wenn du gerade ohne Spaß, ja, ich will nicht übertreiben, aber drei Energies reingeballert hast. Nachdem du rausgehst, du bist so, krass, geil. Und du lernst, dich in dem Moment auf deinen Atem zu konzentrieren und ruhig zu bleiben. Probier es einfach mal aus. Deswegen, ich habe dir jetzt ein paar Punkte erwähnt. Versuch einfach, alles, was negativ ist, zu vermeiden und dir einfach positive Vibes zu geben. Und wenn du das alles getan hast, das klingt jetzt alles unfassbar viel, aber wenn es zu einer Routine wird, kannst du schon nicht mehr darauf verzichten. Und du gehst viel wacher und entspannter und gesünder in den Alltag und meisterst auch gewisse Herausforderungen viel, viel besser und einfacher, als wenn du diese Morgenroutine nicht hast. Und dann, als vorletztes, arbeite an deiner To-Do-Liste. Weil dann bist du schon auf Gewinnermodus, Angriffsmodus, dann fucken dich deine bestimmten To-Dos für den heutigen Tag nicht ab. Als aller, allerletztes, schreib dir drei Punkte auf, für die du unfassbar dankbar bist. Kann noch so banal für den einen oder anderen sein. Schreib dir auf, ich bin so froh und dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin so froh und dankbar, dass ich es geschafft habe, pünktlich aufzustehen. Weil Dankbarkeit ist so ein krasses Empfinden. Das bewegt so vieles. Überleg mal jetzt gerade ganz kurz für dich selbst, wofür du unfassbar dankbar bist. Okay, und jetzt steige dich mal da rein. Merkst du, was das mit dir macht? Schreib dir jeden Morgen oder sag es dir wenigstens. Diese drei, du kannst auch mehr Punkte durchgehen oder aufschreiben, wofür du dankbar bist. Das bewegt unfassbar viel und ist sehr, sehr fördernd für einen gesunden Lebensstil und für ein erfolgreiches Leben. Ich hoffe, du setzt die eine oder andere Sache um, die ich dir hier gesagt habe. Vielleicht setzt du auch alles um. Probier es einfach mal aus. Weil es ist ohne Spaß. Es werden so, wir werden, es wird so unfassbar viel Schrott in diese Welt getragen, was für den Menschen nicht fördernd ist. Und es wird Zeit, dass wir alle mal anfangen, uns gegenseitig gute Dinge zu tun und diesen Welt und diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Also, um das Ganze nochmal wirken zu lassen, schau dir das Video vielleicht nochmal an. Und ich erwähne es immer wieder, es ist natürlich auch gut für mich, aber auch gut für dich. Du kannst dieses Material frei benutzen. Du kannst daraus Reels machen, vergiss nicht, mich darauf zu markieren. Irgendwelche Hashtags mit meinem Namen, MRT, Mindset aus Titan oder sonst was. Du unterstützt mich und du hast selbst noch was davon. Deswegen, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gammel nicht so vor dich hin, das bringt dich zu keinem Erfolg. Eignet dir bestimmte Morgenroutinen an oder allgemein bestimmte Routinen und du wirst ein erfolgreiches, schönes, gesundes Leben führen. In diesem Sinne, abonniere bitte diesen Kanal. Teile dieses Video mit einer wichtigen Person, der du auch Erfolg wünschst, wo du weißt, ey, diese Person bräuchte mal solche Tipps. Schick diesen Link an diese Person. Abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, schreib mir Kommentare. Und immer noch, ich bin immer wieder offen für konstruktive Kritik und Tipps und Vorschläge. In diesem Sinne, adios amigos, ich gehe jetzt schlafen. Das war eine weitere Folge mit MRT. Ich hab mich selbst gefunden, ich kann das Leben schmecken. Malzett aus Titan, damit spreng ich alle Grenzen.